Hallo liebe Leute, der Daga aus Pennsylvania ist wieder da mit dem Pensilfonischdeutsches Wort für die Woche. Und das Woche bringe ich den Verb schmeißen. Schmeißen auf Pensilfonischdeutsch ist ja so, wenn man etwas hat in der Hand und dann schmeißen es. In Hochdeutsch gibt es das Wort werfen, werfen. Aber mit so etwas nicht in Pensilfonischdeutsch, mit so etwas schmeißen. Und es ist ein normales Verb. Ich schmeiß, du schmeißt, er, sie, es schmeißt und so weiter macht man so das. Aber schmeißen sind geiles Wort, so denke ich. So sagt man schmeißen, nicht werfen, schmeißen. Schmeiß mir die Lumpen, schmeiß mir den Ball. Use es, viel besser als werfen. Lass das Hochdeutsch weg. Bis nächstes Mal. Schwanzpensilfonischdeutsch und mach's gut. ¶¶